Die Musik von Irii Auch wenn sie jetzt ein Rubschrei braucht dabei aber okay Jetzt bin ich gespannt was wir die Hitomi erzählen können also erzählt sie mir bestimmt dass die ein Problem im Kopf haben Date san Ja bin ich kurz kurz vor, ich hab keine Ahnung Iris san Also Was ist das? Ich habe mich immer wieder Ich werde es zuerst Ich bin eine Weile Ich bin eine solche Neika und Rods Abkommen zu이너sten Ich bin eine gute Gefahr Wie ist sie ein Problem? Ich wollte sie nicht zufrieden Nach einem kleinen Moment hat sie gesprochen ... Ich habe es nicht gesagt, dass es nicht so schlafen. Ich habe es nicht gesehen, dass ich den Teil des Ziemens nicht mehr verletze. Ich habe es tatsächlich nicht so verletzt. Sie haben die Gehäuser und die Schleusste des Gehirns zu haben. Ich habe es nicht so verletzt, dass sie es ist. Ich habe es nicht so verletzt. Das ist ja so, was ich wirklich anstrengend. Ich habe eine Summarisersplatte, aber ich konnte nicht sagen, ich konnte nicht sagen. Magdalene brain tumor cycled in my mind. Ja, shit. Da ist Iris, no? Ich weiß nicht, dass ich die richtige Bezeichnung erzähle. Wahrscheinlich... Ich glaube, dass ich mich sehr gut fühlte, aber... Hat sie dich kontaktiert? Ja, das war's. Ich bin heute in deinem Freund zu bleiben. Ich bin auch mit Mizuki, also ich habe keine Angst. Ich habe gesagt, aber... das heißt, es ist gut. Ich habe mich persönlich auch nicht bewusstes. Ich habe nichts geholfen. Gerne? Welche Dinge bräuchten Sie dazu? Ich habe gehört, im Jahr 0, 2021. Das Kind hat er plötzlich erster auf Schule. Ich gebore dich nach dem Patienten. Ich gebe tear an头 um, mir doch mal ein Drogen. Die Machen hat sich die Forderung. Man hat mich ... Was man dazu empflegt? Es ist, mich Jetzt zu entdecken und ich meine Beiratung wieder einmal zu machen. Was ist das? Shit, you really kranko it? Hm. Ich dachte, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das... ... war alles ... ... weil es für eine Nahrung zu retten war. ... 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 Warum ist das so? Entschuldigung, ich werde ein bisschen entschuldigen. Mr. Dabin ging in die Wohnung mit der To Answer-Musikis-Call. Date, ich bin... Entschuldigung, ich bin... Was ist das? Was ist das? Iris... Iris... Ich habe mich nicht verletzt. Was ist das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil ich rede. Oh, am ich ohnehin verletzt... Aber es ist nicht so, warum nicht weiss. Ich habe ein Bild, die aus der Tatten zurückgelegt. Ich habe den Bild, die Outan. Ich habe ihn in den Gibraltar geschickt. Die Leute, ich glaube nicht, die Fairy, ich habe noch eingebautet. Ich weiß nicht, dass meine Leute somit in die Handwerke ist. Ich will nicht, dass es nicht so, dass sie sich verletzt. Ich habe eine andere Handむiefe, auf die IRIS-App-Einig kamo um den Stadt. Aber es hat nichts 길es. Sie haben sich verletzt. Verdammt! Mizuki, holen Sie die Hand und suchen Iris. Sie können auch mit Ootan unterstützen. Ich verstehe! Was war das Rentsch? Was war das Rentsch? Sie war eavesdropping. No point in hiding. Ich sagte ihr, Iris war weg. Was? Ich weiß, sie haben nicht mehr verletzt. Sie hat Angst, ich glaube, sie hat ihn cùng. Sie hat ihm Eich-Leug ist. Ich glaube, Iris hat es gemacht. Ich bin überzeugt. Nein. Ihr könntest, mir sein Leben zurückbringen. Ich weiß nicht, aber... Aber... Alles klar. Iris-san wird es bestimmt finden. Bitte schön. Ich verstehe. Boah, könnte ich nicht, Alter, daheimbleiben. Bist du jetzt die verrückten? Oder ist der verrückten? Ich könnte bei sowas nicht daheimbleiben. Nice. Date, die Person von Iris in der Kaki-Oki ist der der größten Menschen. Hä? Oh. Sie hat mir gesagt, ich bin. Ah. Entschuldigung. Sie sind sechs Jahre alt. Sie sind sehr gut. Sie sind sehr gut. Sie sind sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. Sie sind wie ein Kind. Sie sind wie ein Kind. Aber Iris hat sie immer noch immer zu suchen. Alter, ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Wisst ihr, warum denen das linke Auge fehlt? Habt ihr das gesehen, wie wir mit der Iris das Bsync gemacht haben? Wir haben ja mit ihr Bsync und dann ist ihr scheinbar ihr linkes Auge zerstört worden. Die haben die Schoko als Testperson genommen. Um vielleicht den Tumor aus ihrem Kopf zu bringen. Deswegen das linke Auge und das rechte wie bei den Morden. Deswegen haben die Morde damit nichts zu tun eigentlich. Das heißt, die haben es an der Schoko getestet. Und scheinbar dann auch am Ranchu. Um die Iris zu retten. Und scheinbar, das ist jetzt die Frage. Haben die das dann auch, weil das mit dem Polarbären, wo sie umgebracht wurde. Haben die das dann ihr ausprobiert? Und ja, hat nicht funktioniert. Und deswegen haben sie sie dann umgebracht. Ja, ist ja eh schon spät. Ja, aber dann haben sie den Ota auch getötet. Da müssen wir mal schauen. Okay, machen wir mal weiter. Äh, Ranchu. Ja. 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 Da wird er O-Teilin sein, ne? Okay. Sein Haus. The Cold Storage Warhouse. Edzard. Deswegen ist der Pewter auch ein Verräter. Weil er eher in Renshu liebt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die Pause gemacht habe. Aber halt, weil sie miteinander zusammen sind, ja. Und deswegen will der Pewter in Renshu helfen. Und der Renshu will der Iris und der Hitomi helfen. Und ja, und dann es escalates quickly. Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein, da ist nichts. Shit. Hier ist eine Leiche. Ist das endlich mal was in der verdammten Box? Okay. Okay. Okay, Forklift. X-Ray. Wer? Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, ich weiß es richtig, ja auch immer. hier ist tag 5 tuesday waren wir jetzt schon bei tag 5 ich habe keine ahnung und どうだ落ち着いたか soこの中現場検証はまだ続いているみたいだ今回は死体が消失することはなかったから その代わりお前の意識は消失してしまったが まさかあの後気絶してしまうとは思いもよらなかったよ あの死体を見たことよほどショックだったんだろうな お前はどんなことがあっても指針なんてしない奴だと思っていたが人間とはわからないものだ さてと 無事に復活したところでそろそろ本題に入るとしよう おいおい意識を取り戻したと思ったら今度は言葉を失ってしまったのか まさかお前こんな風に思ってるんじゃなかろうな ああ イリスが死んだのは自分のせいだ 俺がイリスを太田のところに預けなければこんなことには だとしたらお前の脳みそは完全に腐ってることになる もしくはさっきの死体を見た衝撃で頭の中に黄色いタンポポが咲き乱れているとか なんだと おおやっと言葉を返してくれたな だってそうだろこんな簡単な問題ロジカルに考えれば小学生だってわかることだ 仕方がない では私が頭の中に咲いた黄色いタンポポを刈り取ってやることにしよう これから3つの質問をするからそれぞれについて答えてくれ 第一問 あの冷凍倉庫は今は使われていないようだった 今は使われていないようだった にもかかわらず 長期間にわたって空調が聞き続け 庫内の温度は-50度に保たれていた いったいなぜ 何のために? 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 何かを保存するために? ふむ では次の質問に移るわ 第二問 先ほど私が発見したしたいには不自然な点があった それは何? 何のために? 何の目の目の目の目を見たかわらず? 何の目の目の目を見たかわらず? 何の目が見つけたかわらず? なるほど それは不自然な点です しかし、他にもないといったかわらず? 何の目の目がときは気づかわらず? Hä? Du warst hinten in der Engine Compartner. Das heißt, stimmt, ne? Ist noch was anderes? Es war covered by a close, ja. I mean, we're not sure about that. In fact, I was so afraid to hide the corpse. I just wondered if you were like, how do you think he's missing the corpse? I was told you, I didn't know that. I was afraid to hide the corpse of the corpse... And so, if you were a corpse, I was afraid to hide the corpse of the corpse of the corpse... Das heißt, es ist nur so, dass es nur so ist, dass es komplett eingefroren ist. Iris' Körper war schmutzig. Die Temperatur ist minus 50 Grad. Iris' Körper... Du hast die Körper? Wie ist die Frage? Kann man so etwas sagen? 48kg Entschuldigung, 48kg Ich denke, dass die Fähigkeiten vollständig werden müssen, wird es nur 18 Stunden dauert. Aber wir sind... Okay, warten wir. Wir müssen uns über die Frage stellen. Wie ist die Frage? Das ist der versteckte Körper? Du meinst... Ich hab keine Ahnung... Du hast keine Ahnung... Du hast keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Das ist ein Fake, oder? Das ist... Die Hände sind großartig. Sie haben sich als sie verabschiedet. Aber... Das war's für heute. Hä? Haben wir hier noch jemanden, der komplett so ausschaut? Lass uns mal noch weiter schauen? Hä? Was wollt ihr denn jetzt noch von mir... Ach so! Wir müssen die Schleuchte durch die Schleuchte und die Schleuchte auswählen. Wir müssen die Schleuchte auswählen. Wir müssen die Schleuchte auswählen. Wir müssen die Schleuchte auswählen. Das heißt, diese Schleuchte... Das ist das, was ich damals gesehen habe. Das ist das, was wir noch haben. Also haben die sich jemanden gesucht? Der wusste auch schon für die Eilers, oder was? Die Schleuchte? Die Schleuchte? Die Schleuchte ist nicht sicher. Die Schleuchte ist nicht sicher. Die Schleuchte ist, was die Schleuchte auswählen. Die Schleuchte ist, die 10 Jahre lang vorgelegt worden. Die Schleuchte? Die Schleuchte ist, dass sie 10 Jahre lang vorgelegt wurden. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist das, was die Schleuchte auswählen. Äh... Was? Was? Sie sind nicht sicher. Im Grunde? Ich weiß nicht, was ich auch nicht. Aber es ist eine der Schleuchte hinterher, die Schleuchte zu verhören. Das ist die Schleuchte. Da ist die Schleuchte. Das ist das Schleuchte. Die Schleuchte. Das war's für heute. Ok, aber wer ist dann das Kind gewesen? Ich mein, wenn die 10 Jahre ungefähr eingefroren war? Entschuldigung Ich sollte fokussieren, wenn ich mich an Iris zu führen werde, ich bin sicher. Mit der Erinnerung, ich gehe zu Sows Menschen. Du bist wieder zu sehen, aber ich muss mal schauen, ob noch irgendwelche Leute rumstehen. Äh, Question him. Heute ist er mit dem Schoko gekommen. Es ist ein bisschen anders als Iris. Eine Frau von Iris. Du hast ihn nicht verletzt, seit 10 Jahren. Date, bitte. Das ist... Du hast es geschafft. Ich weiß nicht, was ich. Das ist doch nicht so... Ich habe mich und Okiura verabschiedet. Die Grundlage ist auch der 89. Der 89 hat mich geholfen von deinem Freund. Ich bin der Okiura von Okiura. Komm her! Okiura! Oh, 5.